Hallo und willkommen zurück zu WWE 2K15 Showcase Mode und zu dem Match Randy Orton vs. Christian Money in the Bank 17. Juli 2011 in Chicago, Illinois World Heavyweight Championship Christian treibt Orton zur Verzweiflung im Kampf um den World Heavyweight Titel I deserve it the moment the ref made the bad call I was the one that was screwed out of the World Heavyweight Championship And I deserve it right now Theodore Long who has made Christian jump through the proverbial hoops just to get here Finally has no choice but to give Christian what he deserves And that's a world title opportunity against Randy Orton Well here it is a black and white teddy The contract for my World Heavyweight Championship match at Money in the Bank And what you can do for me is make sure Randy Orton meets me in that ring to sign it tonight My legal counsel has reviewed this contract and there's a clause in there that clearly states That if Randy Orton gets disqualified or if there's another case of bad officiating I automatically become the World Heavyweight Champion Teddy Long can't save you anymore These crooked referees can't save you anymore And the WWE brass can't save you anymore Because you're their golden boy You know Christian We had a great match A great match And I beat you We had another epic match And I won Again The more that I beat you The more you beg And you plead For one more match But now All of this It's starting To make me Angry And as you know I've had problems in the past Managing My anger But a lawyer Isn't gonna get you The World Heavyweight Championship No, no In order to get this You're gonna have to beat me I know I can beat you Even though nobody else Thinks that I can And that money in the bank I'm gonna prove it Yeah, then do it, Christian Beweise uns That you can win the World Heavyweight Championship From Randy Orton Ja und nach Ich glaub 42 Parts 41 Parts Äh Sind wir eigentlich wieder Bei my new bank Das ist ja nichts Überraschendes Dass das womöglich Christians letzte Chance ist Wenn er nicht den Titel gewinnt Gut Den langen Einzug brauchen wir uns dann doch nicht Noch einmal angucken Ja Da kommt der World Heavyweight Der World Heavyweight Champion In die Orton Zum Ring Und Macht sich dran Wahrscheinlich dann gleich Sein World Heavyweight Spiel zu verteidigen Noch das Brich voll ab Weil Das dauert auch Zehn Jahre Bis es mal zu Ende ist Ich fühle den Schimmel so aus Als hätte er gerade Einen Schlaganfall Den hinter sich gehabt Christian Ja Und das ist er Tatsächlich Kann aber nicht abschrecken Da geht's los Oh Tschüss Christian So kann man auch einen Titel gewinnen Ja das Nee find ich gut Für Christian Wiege Christian Moderaten Schauen zu Ja das kriegen wir hin Sollt kein Problem sein Och Gott Voll in den Konto reingelaufen Ach komm Bist du merkbar eine Closeline ist No one where the champion Could lose the title If disqualified You're right We saw Randy Orton Snap on Smackdown Because of Christian's Ja Taking money from Orton's wallet And using it to gamble At a casino Defacing Randys Coach bus And making disparaging remarks About Randys family Da No one where the closeline No one where the closeline Oh Pipptas Oh komm Das ist besser, jetzt rissst du aber aus Christian Hey Oh, ich hab genug Nochmal, ah ok, dann nicht Oh, das mach ich natürlich gerne Da haben wir zum Glück schon einen Finisher Also kann man direkt den Akio zeigen Oh Oh, das war es schon Ach du Hm, lecker Ob das so eine gute Idee war von Christian Oh doch, war eine gute Idee Oh Oh Bisschen, pass auf Ich glaube, das ist nichts Gutes, wenn die Monitore abgehen Oh, wir sind die Apex Predator in dieser Position Oh, ich verstehe, dass die Orten's upset Aber get off our announce table, enough is enough Oh, okay, oh Out of nowhere ja ich glaube christian ein paar schmerzen morgen früh aufstehen nicht unbedingt das schönste und da kommt auch wieder wo noch ein die zweite diesmal nicht so wirklich schade offenbar auf wenige art und weise gerade auch gesagt ohne titel den hat jetzt christian hat er den doch gewonnen auf eine art und weise das sehen wir ja in der nächsten folge denn dann heißt es das finale von one more match wenn die otten was christian hat beim summer snub vom 14. august 2011 in los angeles california no holds barred world heavyweight championship randy otten bekommt one more match um den world heavyweight title ich bin dank für mich fürs zu sehen sehr gut tschüss bis zum nächsten mal und auf wiedersehen